Sie sehen jetzt die Drehscheibe Sachsen. Volle Information zur vollen Stunde. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe in ihrem Sachsenfernsehen. Es ist Donnerstag, der 29. Dezember 2011. Auch heute senden wir nicht nur in Dresden, sondern auch in Chemnitz und in Leipzig. Wir haben die Landeshauptstadt verlassen und sind nach Moritzburg rausgefahren, denn im Schloss ist noch bis ins neue Jahr hinein die Sonderausstellung zum Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu sehen. Ich denke mal, das ist ein klasse Ausflugstipp für alle, die die Ausstellung noch nicht kennen. Ja, und in der Drehscheibe haben wir die folgenden Themen für Sie vorbereitet. Silvesterlauf, Fit ins Neue. Ein Sportsommer in Dresden und Gondwannerland. Neue Tropenwelt im Zoo Leipzig. Schlange stehen für die Sonderausstellung Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.